Ja, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Überstreckt sich, oder das Hauptvideo, was ihr damit ja gucken könnt, bei VK, Bitshoot, Odyssee oder Rambl. Hat noch einen Teil vom gestrigen Tage mit drin und einen Teil vom heutigen, denn heute ist der 22.08.2023. Der überwiegende Teil ist wieder mal mit Satire, aber ich glaube die letzten drei sind dann in der euch bekannten alten Form, also ohne Satire, abgehandelt. Ja, und dann sehen wir uns und hören uns vielleicht gleich wieder. Tschüss!